Das heißt, du wirst, wenn du in der Nacht aufstehst, was haben wir gesagt? Allah wird dir vergeben, Allah wird dir geben, was du ihn, worum du ihn bittest und noch mehr, Allah liebt dich. Was wollen wir noch mehr? Für welcher Tag? Eine Frage, gibt es viele Geschwister, die bleiben bis in die Puppen? Bis 3, 4 Uhr? Ich kann euch das sagen. Ich habe einen Telegram-Kanal, die ganze Zeit. Wisst ihr, welche Uhrzeit? Die meisten ab 11 Uhr. Ab 11 Uhr kriege ich die meisten Nachrichten. Warum? Weil viele Geschwister, viele Geschwister, Möge Allah sie recht leiten, sie schlafen bis in die Puppen. Bis 15 Uhr, 16 Uhr, deswegen macht ihnen auch das Fasten keine Probleme, weil er sowieso 90% der Zeit geschlafen hat. Und dann, wenn er aufsteht, erst so spät, dann kommt er und wird aktiv. Ab wann? Ab 11 Uhr, 12 Uhr nachts. Subhanallah, achi, nutzt die Zeit für etwas Gutes.